Drama an den US-Märkten, Börsen-Crash, Banken-Run, was auch immer die Überschriften waren. Naja, so schlimm ist alles nicht. Es wird nur so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Ne, umgekehrt heißt es. Ihr wisst, was ich meine. Die Märkte sind natürlich nach unten gegangen, allerdings war das durchaus in dem Sinne vereinbar mit dem, was die Marktteilnehmer, sagen wir mal, im Vorfeld schon erwarten ließen. Warum das Ganze? Naja, gut, ihr wisst, ich gucke immer auf den Chart und was der Chart uns sagt, ist die Meinung, die Stimmung der Marktteilnehmer und die war nun mal eben noch auf das Erreichen, naja, zumindest mal der nächsten Tiefmarke hier angelegt und das waren die 32.000. Wir sehen das hier oben nochmal. Ich mache es nochmal einmal groß, dass ihr das Bild nochmal seht. Hier das September-Tief und danach diese Korrektur, die uns ja typischerweise gerne eben in diesem Bereich dann eben runterbringt. Sprich, das, was wir vorne haben, da hinten nochmal in etwa. Na, jetzt verschiebe ich es falsch auch noch. Das Gleiche nochmal in etwa. Also ihr seht, das war jetzt nicht so überraschend, dass das durchaus passieren kann. Die Frage wird jetzt allerdings sein, die ganz entscheidende, hält diese Marke? Bis dahin war alles noch ganz normal. Ist alles noch total erwartbar eigentlich gewesen. Zumindest erwartbar im Rahmen. Das ist das typische Bild. Und dementsprechend sollten wir an der Stelle nicht so sehr aufgeregt sein bis dahin. Jetzt wird es allerdings entspannend werden, ob der Markt an dieser Stelle jetzt den Dreh tatsächlich schafft oder ob es eben noch weiter nach unten geht. Das ist das Spannende der nächsten Tage. Allerdings für den heutigen Tag, muss ich sagen, sehe ich ganz gute Chancen, dass der Kurs sogar noch weiter nach oben geht. Gucken wir mal hier im 5-Minuten-Chart. Also das, was hier unten jetzt hier da stattfindet, das gucken wir uns mal im 5-Minuten-Chart an für die Intraday-Freunde unter euch. Und dann sehen wir, sind einmal hochgelaufen. Dann hatten wir hier mal eine Pause. Dann sind wir stark hochgelaufen. Dann hatten wir hier irgendwie eine Pause. Und wenn der Kurs jetzt, weil er noch nicht überschneidend, also noch überlappungsfrei auf dem Weg nach oben ist, noch mal einmal höher geht, das ist noch nicht sicher. Aber wenn er das macht, haben wir nach einer Korrektur die besten Chancen, dass es anschließend noch mal nach oben geht. Ihr erinnert euch an das, was ich immer wieder sage. Habt ihr eine Schubrichtung, habt ihr eine starke oder typische Korrektur, ist das die erste Bewegung, die wir hier haben. Dann geht es nicht nur um die Fortsetzung, sondern ist diese Fortsetzung typischerweise sogar auch noch ähnlich lang oder sogar größer. Also insofern beste Chancen, dass das nach oben geht. Allerdings wisst ihr, es ist unter der Bedingung, dass der Kurs jetzt hier weiter nach oben geht. Überschneidung wäre nicht gut. Und dazu wären die Zwischenhochs, die wir heute Mittag hatten, 14 Uhr. Ihr seht das hier, ein interessantes Szenario. Wenn der Kurs nämlich hier jetzt diese Zwischenhochs, die wir hier hatten, das ist ungefähr, ich bin auf dem Future-Markt hier bei 31.972. Merkt euch einfach die Mittagshoch hier. Wenn der Kurs da durchgeht, ist das schon mal anfänglich kein so gutes Zeichnen. Das würde bedeuten, dass die Aufwärtsbewegung eben nicht überlappungsfrei unterwegs ist. Und dass das wahrscheinlich sogar, wenn auch ein bisschen unsymmetrisch, aber sogar halbwegs dreiwellig sein kann. Und ihr wisst, Dreiwelligkeit ist etwas, was beim Bruch der letzten Zwischentiefs häufig eben die Fortsetzung der vorangegangenen Bewegung nach sich zieht. Also insofern wären das keine gute Anzeichen. Also im Moment ist da noch nichts verloren. Es besteht die Chance, dass der Kurs weiter nach oben geht. Ihr wisst jetzt ungefähr, was eine für mindestens mal für den Nachmittag spannende Marke wäre, die zumindest mal ein deutliches Anzeichen bietet, in welche Richtung der Markt sich vorrangig orientieren mag. Und wir sehen, dass wir im übergeordneten Bild bis dahin eigentlich auch keine Panik haben mussten. Denn dieses Programm stand ja eh auf der Liste. Und jetzt wird entschieden, ob der Markt es weiter nach oben schafft oder nicht. Bis dahin ist alles noch ganz normal. Jetzt ist das Entscheidende, ob der Markt sich weiter nach unten absetzt. Das wären nicht so gute Anzeichen. Das werden wir dann wahrscheinlich die nächsten Tage über sehen. So, wie sieht es beim S&P aus? Der ist ein bisschen anders. Ja, vom Gesamtrhythmus her. Das muss ich euch nicht jedes Mal wieder neu erzählen. Wir haben so ein bisschen mal ausgemacht, so die Zielmarke hier. Also die haben wir jetzt heute schon so fast erreicht. Also ist es damit schon abgefrühstückt? Gefrühstückt? Möglich. Jetzt wird es schon auch spannend, wie der Markt jetzt in der Folge umgeht. Und da muss ich sagen, der S&P allerdings, wenn ich mir das mal angucke, seht ihr das hier? Dieses Hoch ist höher als dieses Tief. Und damit ist diese Aufwärtsbewegung, die wir aktuell hier haben, auf jeden Fall überschneidend. Aufwärtsbewegung, der S&P ist jetzt schon die Vermutung da, dass eigentlich die Abwärtsseite noch nicht fertig ist, sondern dass wir noch gutes Potenzial haben, noch weiter nach unten zu gehen. Also so richtig ist die Kuh noch nicht vom Eis. Auch wenn der Dow Jones zumindest mal eine ganz gute Chance hat, dass die Marktteilnehmer sagen, ach komm, jetzt haben wir es gesehen, jetzt müssen wir auch nicht weiter drücken. Beim S&P sehe ich dieses Verhalten der Marktteilnehmer ehrlich gesagt nicht. Also insofern, die Gefahr ist da noch nicht gebannt. Lässt sich daraus direkt ein Trade ableiten? Naja, wenn er hier durchgeht, ist eigentlich noch keine Aussage. String genommen hier durchgeht, aber das lässt sich aus meiner Sicht für einen Trade nicht sinnvoll verarbeiten. Warum? Weil wenn der Einstieg und das Tief so dicht beieinander sind, wir wissen ja, dass es nicht die erste Korrektur ist. Wir hatten ja hier vorne schon Korrekturen und so weiter. Dann ist die Frage, okay, tiefer wahrscheinlich schon, aber wie tief? Denn wenn ich hier einsteige und er geht nur so tief, ist das natürlich gemessen an den möglichen oder notwendigen Stop-Weiten nicht wirklich sinnvoll. Also insofern, ich bin da im Moment etwas zurückhaltender, zumindest mal was die Indizes angeht. Sehe ich ja aktuell keine sinnvolle Möglichkeit einer neuen Positionierung aufgrund dessen, was wir hier im Moment sehen. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Tja, der Nasdaq ist zumindest mal, Nasdaq 100, Future hier gesehen, ist ähnlich wie der Dow Jones, zumindest aktuell immer noch mal überlappungsfrei. Der Bankenanteil dort ist sicherlich auch ein bisschen geringer. Insofern ist das noch alles in Ordnung. Und jetzt, ihr könnt es erahnen, wenn es so aussieht, wären wir überlappungsfrei, wären Korrekturen wieder in diese Zone, dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, dann hätten wir hier die Korrektur, wären das Einstiegsmöglichkeiten für die Long-Seite. Wir brauchen dann hier allerdings etwas Korrektives, korrektiv, überschneidend oder dreiwellig. Das ist ehrlich gesagt egal. Beide sind typische Korrekturmuster und würden anzeigen, dass die Marktteilnehmer durchaus noch ein bisschen Lust haben, in die Richtung nach oben weiterzugehen, zumal das auch noch die erste Welle ist. Ihr seht hier beispielsweise, das ist hier das gute Beispiel, er ist dann hier auch tatsächlich auf diese alten Tiefs noch mal, ja fast, eigentlich hätte er noch mal sogar etwas tiefer gesollt. Das wäre sogar etwas typischer, aber es ist halt nicht die erste Korrektur. Wir hatten vorher schon kleinere und größere Korrekturen. Das ist allerdings die erste Aufwärtsbewegung. Der Kurs kam vorher von oben und insofern wäre das, nehmen wir mal an, es passiert so, durchaus mit einer 1 zu 1 Bewegung. Wir hatten das beim Dow Jones, schaut euch die Videos der letzten Woche notfalls noch mal an, dann seht ihr das. Da haben wir das genau durch exzessiert, in dem Fall war es ein Short Trade. So in der Richtung könnte man das hier aufbauen. Allerdings, wie gesagt, Voraussetzung, 5wellig nach oben, also sprich noch einmal stark nach oben und danach Korrektiv. Sollte der Kurs jetzt in den nächsten Minuten sagen, ach, wüsste was, das ist alles eh doof, wir gehen nach unten, dann wären wir hier wieder überschneidend. Damit wäre das 3wellig oder überschneidend ist die falsche Richtung und das wäre ein Zeichen für die Short-Seite. Ihr seht, so knapp ist das aktuell, was die Richtung angeht, kann es tatsächlich in kurzer Zeit das Bild sich noch mal drehen. Für diejenigen, die jetzt sagen, das ist mir alles zu wackelig und zu vage, ja, mir auch. Deshalb ist das für mich alles keine aktuelle Trading-Situation. Ich werde mich da ganz tapfer zurückhalten in der Geschichte, denn das gefällt mir ehrlich gesagt nicht, um da aktuelle Trades drauf zu initialisieren. Zumindest mal die gute Nachricht ist, dass diese letzte Abwärtsbewegung, wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart, das Hoch hier, das war am 3., nee, was war das, am 6. März, ja. Dass diese Abwärtsbewegung zumindest mal sehr korrektiv aussieht, ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Jetzt könnte man sagen, naja, gut, hier ging es ja hoch, aber wenn ich das sehe, dieses Tief ist etwas niedriger als das. Also insofern ist das keine Korrektur in dem Sinne, sondern wahrscheinlich eher das Ende dieser Bewegung. Oh, Ende dieser Bewegung wäre ja auch gut, dann würde es ja auch für aufwärts sprechen. Also tatsächlich, ihr seht das beim Nasdaq und beim Dow Jones, sehe ich zwei Verbündete, die aktuell eine ganz gute Chance für nach oben eben haben. Der S&P wird dann sicherlich mitlaufen, auch wenn das Bild sich dort eben nicht so klar zeigt, wie wir das bei denen hier im Übergeordneten haben. Also da würde ich dann doch lieber hier aus diesen Reihen meine nächsten Trades suchen. So, und der DAX, wenn ich mir den DAX angucke, deutlich runtergekommen. Naja, wäre ja nicht so schlecht und das meine ich überhaupt nicht böse, bitte niemals falsch verstehen. Ich gönne das jedem, dass er auf der Gewinnseite ist, egal in welche Richtung ihr unterwegs seid. Aber charttechnisch würde ich mich eigentlich drüber freuen, wenn wir jetzt endlich das Ding hier mal kriegen, also da hinlaufen. Denn dann hätten wir aufgeräumte Verhältnisse, dann würde jeder sagen können, ja, das war doch die starke Seite, Rüdiger, oder? Und das ist doch die schwache Seite, wenn sie dann so ähnlich aussieht oder dreiwellig. Und dann wären das gute Voraussetzungen, baldmöglichst auch wieder auf lange Sicht für die Longseite mit dabei zu sein. Also keine Panik haben, naja, Panik ist nie gut, kein guter Berater. Allerdings solltet ihr auf 1 gefasst sein. Wir wissen noch nicht, ob das korrektiv ist. Das wäre nur sehr typisch nach so einer Korrektur. Ich hatte, einige erinnern sich in meinem 8000er Video schon angedeutet, dass es aber durchaus ein Szenario gibt, wonach das eben sehr steil runtergeht. Der Vorteil ist, diese steile Bewegung kann ich sehr leicht von so einer Bewegung unterscheiden. Möglicherweise am Winkel, an der Überschneidung der Gegenbewegung und so weiter. Wenn ich hier also eine Bewegung habe, die so aussieht, gefolgt von etwa sowas, dann bin ich ganz klar sogar in diese Richtung unterwegs. Und da ich das noch nicht ausschließen kann, dieses Szenario ist absolut valide, es ist absolut möglich, bin ich halt ein Freund, dann lieber jetzt, wenn sowas passiert, jetzt haben wir diese Tief, mit diesem Tief, das wir heute haben, den Stop, den wir hier immer wieder mal angesprochen haben, durchstoßen. Also mir wäre es lieber, dann die Position zu schließen. Wir haben jetzt keine Position auf den DAX gehabt, also auf den DAX jetzt im ganz langfristigen, sondern nur auf einzelne Titel. Aber wer sich hier an diesem Titel oder an einzelnen Aktien, die ähnlich aussehen, wenn so ein Rücksetzer kommt, dann ist es möglicherweise sinnvoll, da oben eben gegebenenfalls rauszugehen. So zumindest mal verfahren wir bei der ganzen Geschichte. So, aber das soll nicht heißen, dass es nicht nur nach oben gehen kann. Es gibt natürlich das Szenario, naja, aber könnte das nicht eine Seitwärtskorrektur hier in irgendeiner Form sein und der Kurs geht weiter. Yep, wer also nicht jetzt pauschal auf so einer Ebene hier sich rausstoppen lassen wollte, hat jetzt nochmal eine Chance, sobald es korrektiv nach oben geht, müsst ihr zwingend, naja, zwingend damit rechnen, sagen wir es mal so, dass es nochmal weiter nach unten geht, denn dann wäre das die schwache Seite. Das einzige, was jetzt die Bullen noch retten kann, wäre eine sehr steile Aufwärtsbewegung mit einer Korrektur nach unten. Da würde ich dann sagen, ah, okay, das ist hier die etwas komplexere Seitwärtskorrektur. Manch einer erinnert sich, wie eine Seitwärtskorrektur aussehen kann. A, B, C, A, B, C und nochmal Schub runter. Machen wir das mal so hier. Also so in etwa kann eine Seitwärtskorrektur aussehen. Und anschließend geht es weiter nach oben, aber dann auch dynamisch. Ja, also eben nicht korrektiv, sondern dynamisch nach oben. Das könnte dann hier das Pandor im Prinzip sein. A, B, C runter, A, B, C hoch und danach nochmal runter. Ist ein bisschen irrtümlicher hier, weil das in der Mitte auch nochmal eine Flatbewegung ist. Wem das jetzt überhaupt nichts sagt, macht euch nichts draus. Dieses Bild, was ich jetzt gezeichnet habe, wäre analog. Und da ich das nicht in diesem Moment unterscheiden kann, was häufig dann vorgeworfen wird, ja, du kannst es ja selber nicht unterscheiden, ist richtig, ich habe keine Ahnung. Aber, wenn das die Korrektur ist, bräuchten wir hier eine steile Bewegung, so wie wir hier eine steile Bewegung bekommen haben. Und korrektive Bewegung, so wie wir hier eine korrektive Bewegung bekommen haben. Und haben dann eine gute Voraussetzung, dass es weiter nach oben geht. Wenn es stattdessen aber korrektiv nach oben geht, dreiwellig und eben, also dreiwellig oder mehrwellig mit Überschneidung und eben hier die Abwärtsseiten getriggert werden, dann ist das ganz klar ein Short-Signal und eröffnet dann definitiv die Chance in die Zone 14.000, 13.800, vielleicht sogar tiefer noch, 13.600, irgendwie was in der Richtung. Und da kann man dann später nochmal drüber reden, wie tief exakt. Aber diese Zone wäre dann etwas, was jetzt sehr realistisch ist. Im Prinzip ein wenig ähnlich wie das, was wir hier beim Dow jetzt tatsächlich erreicht haben. Na gut, in diesem Sinne lassen wir es mal so stehen. Ich hoffe, dass ihr die richtigen Ableitungen daraus macht, dass ihr für euch die richtigen Varianten habt. Es gibt keine beste Möglichkeit. Also die beste ist immer, ganz unten einzusteigen mit allem Geld, was ich habe und da oben alles wieder auf Short zu setzen. Das ist natürlich grober Unfug. Das wissen wir natürlich alle vorher nicht. Wenn ihr etwas langsamer unterwegs seid, haben wir heute zumindest mal diese mögliche Stop-Marke hier durchstoßen. Allerdings habt ihr gesehen, das kann durchaus weiter nach oben gehen. Dann muss man halt gegebenenfalls wieder die Long-Position aufnehmen. Wer sagt, nee, ich bleibe lieber drin, ich habe Angst, sonst die Long-Seite zu verpassen, der muss mit dieser Bewegung mindestens rechnen und sollte dann seine Stops irgendwo unterhalb dieser Zone haben, vielleicht 13.000, darf dann aber nicht stinkig sein, wenn der Kurs sagt, ja, ja, das war schon möglich, aber tiefer geht eben auch. Dieses Szenario haben wir hinreichend intensiv schon besprochen. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi und ganz liebe Grüße. Toi, toi und ganz liebe Grüße.